ja hallo rasenfreaks da ist er ich freue mich unheimlich euch heute den sportmann elektra 2.0 vorstellen zu dürfen als allererster das ist eine große ehre danke sportmann dass ihr mir die elektra hier schon hingestellt habt vor der veröffentlichung denn genau heute heute wenn das video rauskommt wird der elektra auch von sportmann auf der homepage veröffentlicht werden ihr könnt ihn auch dann ab sofort kaufen und ich werde euch heute in diesem video die ja die veränderungen die neuerungen vorstellen was hat sich gegenüber dem alten sportmann elektra verändert das auffälligste habt ihr sicherlich schon gesehen nämlich der neue fangkorb genau darum geht es heute im video kurze vorstellung und sobald das wetter besser ist sobald der rasen richtig anfängst zu wachsen dann werden wir natürlich auch mit dem sportmann elektra 2.0 mähen ja ich hoffe ihr freut euch genauso wie ich mich auch darauf freue hier das gerät jetzt hier präsentieren zu dürfen ja klappe take 2025 normalerweise mache ich ja solche dinge spontan aber unspontan kann ich so gut egal okay das worten elektra 2.0 hat drei wirkliche highlights drei wirkliche ja massive neuerungen das eine ist wie ihr schon gesehen habt natürlich der fangkorb das zweite ist die bodenfreiheit des breiten seitendeckels und das dritte ist die gewichtsverteilung zwischen links und rechts wir fahren rüber meine frau macht gerade die weiße wand waren sich nicht was der sport man natürlich immer noch kann wie kein zweiter ist das lautlose mähen der motor läuft absolut lautlos und wenn die spindel gut geschliffen ist und keinen kontakt hat dann läuft die auch nahezu lautlos ein wirklich super leiser meer für die den sport man elektra noch nicht kennen müsste man die alten videos gucken werde ich jetzt nicht so im detail darauf eingehen schauen wir uns zuerst mal den neuen fangkorb an selbstverständlich weil das ist ja nun schon sehr auffällig das teil und zwar das ist eine kombination aus metall also unten ist immer noch ein metall blech und oben ist ein wirklich schick montiertes kunststoff gewebe das natürlich unglaublich das gewicht des fangkorbs reduziert sport man sagt auch dass der gras fangkorb noch besser gefüllt wird durch das gewebe das werden wir später ausprobieren aber so sieht auf jeden fall der neue fangkorb aus mal jetzt detail super ja sonst hat sich daran von der ganzen aufhängung nicht viel geändert ja so die waren fix jetzt schauen wir uns noch mal den seitendeckel an wie gesagt sport man hat hier den abstand zwischen dem boden und diesem doch leider sehr breiten deckel stark verändert also stark vergrößert ich kann jetzt hier also wirklich problemlos meine hand unterschieben das heißt hier ist jetzt so viel luft dass dieser deckel ja überhaupt keine er hat immer so zusätzlichen streifen im mähbild erzeugt und das ist jetzt aus meiner sicht komplett eliminiert ich bin jetzt hier bei ja nach skala 12 mm schnitthöhe und das ist also wirklich super viel luft die wir jetzt hier haben also das ist richtig cool finde ich bin sehr gespannt wie jetzt hier das neue streifenbild mit dem geänderten deckel aussehen wird ja so das dritte was man jetzt nicht sieht hier unter dem deckel hat sport man jetzt gewichte eingebaut so dass die gewichtsverteilung rechts und links gleich ist also der mehr auf beiden seiten gleich schwer ist und damit eben ganz gleichmäßig über die rasenfläche läuft und auch eben ganz gleichmäßig auf den boden drückt sonst ist vieles gleich geblieben was noch verändert wurde ist das batteriemanagement also wie die batterie geladen wird wie die batterie gepflegt wird dadurch wird die fläche also die leistung um 300 quadratmeter erhöht der sport man elektra kann jetzt bis zu 1700 quadratmeter mähen vorher konnte er 1400 quadratmeter mähen jetzt ist die leistung auf 1700 quadratmeter erhöht worden und das letzte was noch kommen wird aber was in der software schon vorgesehen ist ist ja so eine connectivity dass man also auch irgendwann in der app diesen sport man elektra bedienen kann oder sich anschauen kann wie die batterie der batterie zustand ist weiß ich nicht aber es gibt auf jeden fall irgendwann auch noch connectivity mit der neuen software ja sonst wie gesagt alles bekannt alles beim alten der griff die die spindel einheiten die verschiedenen kassetten die ihr ja vielleicht schon habt könnt ihr auch bei dem neuen elektra weiterverwenden also da gibt es jetzt nichts neues was ich mir gewünscht hätte was aber leider auch nicht kommen wird ist ein back lapping die back lapping funktion wird es wohl nicht geben das finde ich sehr schade sport man bleibt bei ihrer philosophie ein sehr sehr eine sehr harte spindel einzubauen und ein weiches untermesser einzubauen wenn dann ein stein irgendwas in die spindel reinkommt geht erst einmal das untermesser kaputt wenn es nur ein kleiner schaden ist eine kleine macke ist schleift sich dieser schaden sehr schnell wieder raus das habe ich auch schon erlebt aber back lapping wird es tatsächlich nicht geben soweit meine kurze vorstellung zum neuen sport man elektra 2.0 und was ich euch natürlich noch verraten darf und was ihr vielleicht auch schon jetzt gesehen habt auf der homepage von sport man die ersten 50 die ersten 50 käufer oder käuferinnen entschuldigung die ersten 50 interessenten bekommen 20 prozent rabatt was sagt ihr zum neuen sport man elektra schreibt in die kommentare bitte und ich ja ich freue zumindest mal hier eine runde rum also danke fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video macht's gut tschüss ich habe ein bisschen gas geben hier nicht schlecht du wolltest doch runterschwenken wo ist das schlusswort wieso hast du überall hier spinnenweben schon vor wahrscheinlich geht das überhaupt nicht ich